Ich seh' mir ein paar Würstchen, weil Würstchen sind so super, aber so super sind's nicht, aber so super sind's nicht. In Südamerika, da wird's schon langsam leer, keine Bama, ist schlecht fürs Klima, wegen der Rindficher und der wird so schwer, wegen der so ja, aus Südamerika. Und im Endeffekt, war ich gern politisch korrekt, aber das ist oft schwer, da ich so anbänkt. Ich kauf mir schöne Hosen, die ich mir leisten kann, das hab ich jetzt davon, das hab ich jetzt davon. Ich trau mich nicht ausm Haus, weil hinten steht was raus, Made in Vietnam, Gemacht von kleinen Kindern, in dem Fall keine Inder, aber voll schlecht zahlt. Ich hab's natürlich bereut, weil im Endeffekt war ich gern politisch korrekt, aber das ist so schwer, da ich's mir denkt. Ich schreib ein schönes Lied über Männer und Frauen, aber die Frauen werden mich verhauen, aber die Frauen werden mich verhauen. Ich tue das Lied mit Gendern und werd's auch nicht verändern, weil sie rennt fast nie, aber eher rennt sie mehr. Ich würd mich ja bemühen und bring mein Kopf zum Glühen, und mir fällt nichts gescheit sein, bis mir ist's was verzeihen. Weil im Endeffekt war ich ja politisch korrekt, aber das ist so schwerer, als man denkt.